Endlich ist es soweit, die Zeit ist gekommen und wir haben das große Pack mit dabei, die 50 Booster oder auch das große Display von den Lego Star Wars Trading Card Serie 3. Es sind 50 Booster wie gesagt enthalten und damit eine unfassbare Menge von 250 Karten, die wir heute auspacken werden. Jedes Booster hier drin kommt mit 5 Karten und kostet 1 Euro in Deutschland oder in Österreich oder eben 1,5 Schweizer Franken. Ich weiß noch immer nicht, wie man das so richtig ausspricht und wir haben hier ein wirklich richtig cooles Display. Ich kann euch ja mal ganz kurz die Display Verpackung zeigen, einfach weil sie so wunderschön geworden ist mit diesem Steinmuster, was wir ja momentan auch auf den Lego Star Wars Sets haben. Und hier hinten noch mit Mando und Grogu, 50 Booster pro Box und eben ja ein schöner Kylo Ren mit dem BB-8 an der Seite und dann sind wir schon wieder vorne angelangt. Und dieses Display ist nicht nur wunderschön, sondern es wurde mir auch von der Firma Blue Ocean zur Verfügung gestellt für dieses Unboxing. Deswegen ganz ganz herzlichen Dank an die Firma Blue Ocean fürs Sponsoren dieses Videos. Ohne die hätte ich das jetzt hier eben nicht in der Hand und deswegen ganz ganz herzlichen Dank dafür, dass ich das hier heute vorstellen kann. Und nicht, dass das sowieso schon lang genug dauern wird, diese ganzen Packs hier zu öffnen, haben wir trotzdem heute noch zwei weitere Punkte auf der Agenda. Und zum einen ist der Brief von Fabian endlich angekommen, nämlich der Fabian, der mir die Goldkarte von Kylo Ren zugeschickt hat. Nochmal ganz ganz herzlichen Dank. Das heißt, diesen Brief werden wir natürlich gleich noch öffnen. Dann machen wir uns an die 50 Karten Packs und ganz am Ende haben wir natürlich noch einen Gewinnspielgewinner, der auch ausgelost werden muss. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Da wird nämlich ausgelost, wer am Ende der neue stolze Besitzer dieses wunderbaren Starter Packs der Lego Star Wars Trading Card Collection Serie 3 sein wird. Und glaubt mir, das wollt ihr definitiv nicht verpassen. Denn jetzt machen wir uns an den wunderbaren Brief vom lieben Fabian. Vielen herzlichen Dank noch einmal an dich. Und der wurde tatsächlich irgendwie schon geöffnet. Der kam so bei mir an. Ich habe den nicht aufgemacht und deswegen hoffe ich, dass hier nichts irgendwie abhanden gekommen ist. Ich weiß auch nicht, was hier genau durchgefallen sein kann. Ich habe aber zumindest mal gefühlt, irgendwas Dickeres ist hier definitiv drin. Und er hatte mir gesagt, er schickt mir eben ein paar Karten zu, nämlich seine Karten aus dem Kartenpack, die er selbst nicht gebrauchen kann. Und hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Kylo Ren. Das ist aber nicht der Kylo Ren. Dann haben wir hier einen entschlossenen Finn. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Das wäre ja ziemlich klasse. Dann haben wir die Limited Edition Kylo Ren. Wie gesagt, den habe ich definitiv schon. Einmal die Zuellen on Mandalore. Oh, und da ist sie. Die Gold Edition Kylo Ren. Und dann noch ein Meister Maze Windu mit dabei. Das ist der absolute Hammer. Dass ich die in der Hand haben würde, dachte ich überhaupt nicht. Und er hat die sogar noch eingepackt hier in so ein paar kleinen Foliendingern. Haben wir hier hinten auch noch ein paar extra davon. Also wenn ich die anderen Goldkarten dann irgendwann mal habe, werde ich die hier natürlich auch einpacken. Und hier schrieb er, wie versprochen, Karten plus Hüllen. Das ist super, super niedlich und super cool. Mehr steht nicht drauf. Vielen herzlichen Dank an dich. Vor allem natürlich für den goldenen Kylo Ren. Und jetzt bin ich ein bisschen gespannt, was hier noch drin ist. Weil irgendwas Dickeres war hier ja noch drin. Ich weiß es nicht. Kommt hier was rausgepurzelt. Und ich bin natürlich froh, dass es nicht komplett abhandengekommen ist. Was genau. Wait. 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 What? Also ich weiß gerade wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich habe ja schon wirklich viel von euch zugeschickt bekommen. Aber das hier ist wahre Kunst. Das ist ein Ewok. Zumindest erkenne ich es als einen. Und der ist komplett, ich nehme an, aus Ton hergestellt. Was? Wie viel Mühe hast du dir bitte gemacht? Der ist sogar noch angepinselt und what? Ja, also lieber Fabian, du weißt genau, wo der landen wird. Nämlich zum ersten auf meinem Minifigurenrahmen da oben über den Stormtroopern. Da würde er dann eben über meine Videos wachen, da wo eben auch schon eine weitere Figur steht. Und da werden jetzt auch die nächsten Figuren immer landen. Bis ich das dann irgendwann mal geschafft habe, noch einen weiteren von den Minifigurenrahmen zu basteln. Fabian, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Damit würde ich aber auch sagen, beginnen wir mit dem Unboxing. Und ich habe hier schon mal ein paar Kartenstapel erstellt. Links sind die ganz normalen Karten. Das heißt, ich werde jetzt einfach auspacken und die gleich mit sortieren. Links sind die ganz normalen Karten. Dann kommen wir hier zu irgendwelchen Set- oder Fahrzeugkarten. Die kann ich fast schon so hinlegen. Aber wie gesagt, ihr wisst, was ich meine. Danach kommen so Sachen wie die Lichtschwertkarten. Also alles, was irgendwie doppelt bedruckt ist. Und dann haben wir hier drüben etwas mit eben diesen Glitzerkarten. Also in jedem Pack oder in jedem Booster gibt es eben eine Glitzerkarte. Und die kommt dann eben auf diesen Stapel. Und dieser Stapel hier hinten, der hoffe ich, dass er nicht leer wird. Oder leer bleibt zumindest nicht mit einer Karte. Da hoffe ich natürlich, dass ich zumindest noch ein oder zwei weitere hier aus diesen 50 Packs auspacken kann. Würde mich natürlich aber über noch ganz viele mehr freuen. Insgesamt, ich glaube, ich habe es ja schon so ein paar Mal erwähnt, gibt es vier verschiedene Displays oder vier verschiedene Booster. Ich habe hier einen zu viel gewählt, aber diese vier gibt es eben. Also einmal Darth Maul, Yoda, Darth Vader und eben den Mandalorianer mit dem Grogu. Die Unterschiede sind wirklich nur auf der Packung. Also es gibt jetzt irgendwie keine Booster, die besser sind als andere. Also vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen gemacht. Ich auf jeden Fall hatte bisher bei allen irgendwie das Gleiche drin. Und das hat nichts mit der Verpackung zu tun. Ich möchte aber an der Stelle schon mal sagen, jedes Pack sollte ja eigentlich fünf Karten enthalten. Ich habe allerdings schon von Leuten über Instagram gesehen und gehört, die aus einem Kartenbooster sechs Karten ausgepackt haben. Und ich habe keine Ahnung, wie sowas passieren kann. Ich weiß nicht, wie sowas durchgeht durch die Kontrolle. Aber vielleicht bekommen wir es ja hin, tatsächlich heute auch eines dieser sechs Karten Packs hier drin zu haben. Und das Tolle ist, ich nehme ja hier alles auf. Das heißt, ihr habt es sogar dann live auf dem Video. Ich werde es natürlich ausprobieren, aber es gibt natürlich keine Garantie, weil ich weiß natürlich auch nicht, was hier drin ist. Und das wäre aber natürlich super, super cool und ich würde mich mega drüber freuen. Und damit beginnen wir auch schon mit dem ersten Kartenpack und schauen einmal rein, was denn hier so drin ist. Ich sehe schon einen Meister Obi-Wan Kenobi. Dann einen silbernen mandalorianischen Krieger. Ich glaube, den habe ich tatsächlich schon. Dann einen Grievous. Oh mein Gott, sieht der gut aus. Und da haben wir keine Rückseite. Ich dachte gerade, da haben wir noch mal irgendwie eine andere Rückseite. Dieser Jedi Abschaum gehört mir. Ich glaube, den habe ich auch schon. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Den packe ich hier mal zu den besonderen Karten. Dann haben wir hier Count Dooku's Lichtschwert. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Und als sonderexklusive seltene Karte haben wir Meister und Schüler, den obersten Anführer Snoke und Kylo Ren. So, das Count Dooku's Lichtschwert packe ich einfach auch mal mit hier hin. Und dann geht es weiter mit dem Darth Vader. Der darf natürlich auch ein paar sehr coole Kartenpacks enthalten. Hoffe ich zumindest mal. Vielleicht ja sogar etwas ganz, ganz Böses. Darth Vaders Lichtschwert fehlt mir, glaube ich, noch. Ich weiß zwar überhaupt nicht, ob es das überhaupt gibt, aber das werden wir gleich rausfinden. Und wenn es das nicht gibt, dann werdet ihr die Ersten sein, die es erfahren werden. Wir machen weiter mit dem fliehenden C3PO. Ein Meister Qui-Gon Jinn, der guckt super, super böse. Ich weiß nicht, irgendwie auf diesen ganzen Kartenpacks. Und das war aber nicht nur in der Serie 3 so. Sondern auch Serie 2 und 1 guckt er immer böse und grimmig. Ich weiß nicht, wieso. Er hat so viele nette Gesichter, aber die haben ihn immer in böse und grimmig dann dargestellt. Auf jeden Fall wieder zwei von den normalen Karten. Dann haben wir hier einen Stormtrooper-Helm, also ein Set. Das kommt also auf den Set-Stapel. Dann haben wir hier eine Comic-Karte. Mit diesem Schirm schützen wir uns vor dem Sonnenbrand. Ja, ganz ehrlich, schwarze Clone Trooper. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Mit einem schwarzen Schiff, das ist nicht die beste Idee. Und die seltene Karte für heute ist der heldenhafte Luke Skywalker. Und zwar kreuzt er mit irgendwem sein Lichtschwert. Und da weiß ich leider selber noch nicht, wer das genau ist. Aber man sieht ein rotes Lichtschwert. Also ich vermute mal irgendwie entweder der Imperator oder, keine Ahnung, jetzt Darth Vader wäre natürlich die naheliegendste Option. Und damit geht es eben auch schon weiter mit dem dritten Kartenpack. Und ihr seht schon, ich gehe hier einfach durch und hoffe, dass das Video nicht viel zu lang wird. Weil das wird natürlich hier trotzdem ein großer, großer Aufwand. Und sehr, sehr viele Karten, die wir hier auspacken werden. Hier haben wir einen Meister Maze Windu. Und den weiß ich, habe ich ja eben schon in dem Paket von Fabian bekommen. Deswegen, also den habe ich jetzt auf jeden Fall doppelt. Das macht aber nicht so viel. Hier haben wir einen Finn. Hinten glänzt es schon ganz schön. Wir sehen es schon. Aber ich werde natürlich noch nicht zeigen, was es ist. Hier haben wir einen Comic. Seid ihr bereit zu rocken? Oh, wunderbar. Natürlich. Das muss sein. Episode 6 ist die beste mit der tollsten Musik. Noch ein Comic. Hui, Bürospaß. Okay, ja, der, ja, ist okay. Ist ein bisschen lame, aber ist in Ordnung. Und hier haben wir, ich dachte gerade, das wäre die goldene Karte. Aber die goldene Karte ist das nicht. Grogu und der Mandalorianer. Ich hatte gerade wirklich einen kurzen Herzinfarkt. Ich dachte, das wäre eine goldene Karte. Aber es ist keine, weil da ist der Grogu einzeln drauf. Und der Mandalorianer auch. Also da gibt es zwei verschiedene goldene Karten. Eben einmal mit dem Grogu und einmal mit dem Mandalorianer. Das heißt, die kommt einfach so auf den anderen Stapel. Und damit geht es auch schon weiter mit unserem guten Darth Maul. Mal schauen, was er für uns heute bereithält. Ob wir mit ihm unseren Traum erreichen, entweder sechs Karten in einem Pack zu haben oder eine Goldkarte, eine weitere zu bekommen. Ich habe ja persönlich selbst noch nie eine ausgepackt. Das ist echt Wahnsinn. Deswegen wäre es natürlich schön, das mal zu brechen und vielleicht mal irgendwann hier eine rauszubekommen. Team Echo und Tech. Dann geht es weiter mit dem finsteren Darth Sidious. Ich wundere mich, ob es einen, ja, guten Darth Sidious gibt. Ob da jetzt irgendwie einer ist, der, ja, auch mal freundlich guckt. Bitte erzähl Grievous nichts von meiner Glatze. Nein. Okay, ja, das ist cute. Also die Comic-Karten, die sind manchmal echt niedlich, manchmal auch ein bisschen lame. Aber ich mag eigentlich die meisten ziemlich gerne. Da sind einige dabei, die ich echt gut leiden kann. Gut, den haben wir jetzt schon mal gehabt. Das ist wieder eine Comic-Karte. Und die besondere für heute ist der entschlossene Finn, den wir auch eben schon aus dem Pack von Fabian ausgepackt haben. Ich glaube, das müsste dann definitiv der gleiche sein. Ich glaube, so viele entschlossene Fins gibt es in dem Fall nicht. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal eine weitere Sache sagen. Und zwar gab es auch Leute, die haben bereits zwei Goldkarten aus einem einzigen Booster ausgepackt. Ich konnte es auch nicht glauben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Es ist der Wahnsinn. Ich habe es auch noch nicht geschafft. Und vielleicht haben wir auch heute den Moment dabei, wo das passiert. Aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich und für ein seltenes, seltenes Phänomen. Das ist wie ein Misprint bei Lego Star Wars. Sowas kriegt man einfach nicht häufig. Und man freut sich immer, wenn man es bekommt, weil es eben was Besonderes ist. Aber ja, hier haben wir es in dem Fall auch wieder nicht dabei. Loyaler Sturmtruppler der ersten Ordnung. Davon habe ich 96 da hinten im Rahmen hängen. Captain Phasma, auch eine tolle Figur. Keine Bewegung Jedi. Ich liebe diese Karten. Ich habe es schon so oft gesagt, aber ich mag sie einfach mega, mega gerne. Dann haben wir hier den ITS Transport der Rebellen. Genau, ein Fahrzeug. Und die besondere Karte ist nur der Mandalorianer, aber ein ganz entschlossener der Mandalorianer. Weiter geht es mit dem Pack von Mando und Grogu und ich finde, da ist es nur fair, wenn wir hier auch eine goldene Karte von irgendeinem der beiden drin bekommen. Das heißt, dass da irgendwie jetzt, ich weiß nicht, ich glaube die Grogu-Karte, die wäre mein absoluter Favorit. Und ich glaube, das war auch die, die jemand auf Instagram zweimal aus einem Booster ausgepackt hat, nämlich die Grogu-Karte. Und das hat mich so neidisch gemacht. Oh mein Gott, ich hoffe wirklich, ich kriege die nochmal irgendwann. General Leia Organa, die Minifigur, kommt glaube ich aus ihrem Schiff damals, aus dem Rebellen Transportschiff oder so. Also mutige Rey, ich mag diese Minifigur super, super gerne. Nicht so gerne wie diesen Starfighter, ich liebe Anakin's Jedi Starfighter, sorry. Fahrzeug, Anakin's Jedi Interceptor, wie gesagt. Hier haben wir noch einmal Django, schade, schade, hätte ja noch ein anderer sein können, aber ich mag die Karte, wie gesagt, einfach gerne. Und einen entschlossenen Han Solo haben wir mit dabei. Ganz viele entschlossene Leute heute, ich weiß nicht, also das hat, glaube ich, mit meinem Unboxing hier zu tun. Also das ist bestimmt etwas, was nur mit mir zu tun hat und dass die Leute vorher nicht entschlossen waren. Und deswegen heißen die jetzt alle entschlossen. Also Han Solo, der Mandalorianer, Grogu war bestimmt auch entschlossen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber ja, war alles nur wegen mir. Ich weiß, ich kenne mich schuldig und das ist in Ordnung. Es geht weiter mit einem Tastenräuber und einer ganz zerstörten Packung. Das ist natürlich auch nicht gut. Der Tastenräuber wird gefolgt von einem wilden Darth Sidious. Immerhin nicht entschlossen. Also das ist schon mal ein bisschen besser. Ja, dann kommt wieder eine Comic-Karte. Ich packe die hier schon mal hinten hin. Und beim nächsten Trick lasse ich die Jedi verschwinden. Eieiei. Okay, das ist ganz schön makaber, aber voll cool. Mag ich gerne. Sehr in Ordnung. Dann haben wir, uh, ein Zeichen oder beziehungsweise ein Emblem der Mandalorianer. Das ist ziemlich cool, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so erkennbar ist. Also man sieht auf jeden Fall das halbe Rhinozeros, sage ich mal. Und hier haben wir kühne mandalorianische Krieger. Bei denen bin ich mir auch nicht sicher, ob ich die schon habe oder nicht. Aber dieses Emblem, das sieht ja mal mega cool aus. Das ist so im Stile der Lichtschwetter gehalten. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und es geht weiter mit dem lieben Yoda. Und wir haben bis jetzt noch keine Goldkarte. Natürlich nicht. Warum auch? Also ich meine, wir haben ja schon so ein paar Packs ausgepackt. Aber sonst wäre die Spannung ja auch schon raus. Wisst ihr, also das wäre ja auch schade, wenn wir jetzt hier durchgehen würden und gleich am Anfang alle Goldkarten hätten. Das würde ja auch keinen Spaß machen. Finsterer Darth Maul ist die erste Karte. Dann kommt ein pflichtbewusster Sand Trooper. Ich glaube, den habe ich tatsächlich schon. Dann geht es weiter mit, was ist denn das? Oh, wieder eine Comic-Karte. Genau. Ach, ein fallender A-T-S-T. Ja, Purzelbaum. So geht es natürlich auch. Ganz hinten sehe ich schon, wir haben eine Ultra-Duell-Karte. Davor geht es aber noch mal kurz zum Imperator. Führt die Order 66 aus? Welchen anderen Satz hätte man nehmen können? Absolut keinen. Deswegen ist das völlig in Ordnung. Hier haben wir einen Ultra-Duell Count Dooku vs. Keine Ahnung. Also es sieht nach Obi-Wan aus oder Anakin. Aber Anakin hat, glaube ich, einen anderen Duell-Partner. Deswegen nehme ich an, dass hier Obi-Wan hinter steckt. Keine Ahnung. Irgendwie so in die Richtung wird es gehen. Werden wir dann rausfinden, sobald das Ding natürlich dann im Heft steckt. Und damit geht es auch schon weiter mit Episode 1. Eben hatten wir ja die Karte aus Episode 2. Es geht immer weiter in die Vergangenheit. So muss es sein. Eine bisschen nostalgische Reise in die Vergangenheit von Star Wars. Und hier fangen wir an mit etwas, was gar nicht so nostalgisch ist. Okay. Ein Dio. Ja. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Davon gibt es ja auch ein paar verschiedene Karten. Also zum einen mal die Dio als Minifigur-Karte. Und dann gibt es auch noch das Set-Dio. Also den großen. Das ist dann so eine Set-Karte. Dann haben wir den Mutigen der Mandalorianer. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum sie das der davor hängen. No. What? Entschuldigung. Ich bin gerade voll excited. Ich liebe diese Karte. Wenn ihr irgendeine von den Karten haben wollt, dann nehmt diese. Die ist wirklich wunderschön. 501st Legion Clone Trooper. Das Ding ist der absolute Wahnsinn. Ich kann meine Finger nicht davon lassen. Das ist so cool. Ich lege die extra auch hier hinten hin, weil ich die so cool finde. Die gehört für mich zu den Gold-Karten. Dann habe ich hier noch ein Comic. Nein. Punkt. Komma. Stich. Fertig. Ist das im Mundgesicht? Okay. Ja. Also wie gesagt, manche sind richtig cool bei solchen. Ich weiß nicht. Also die finde ich nicht so nett. Aber gibt es halt viele Leute, die bestimmt auch das gerne mögen. Und dann haben wir hier Yoda und Darth Sidious, die beide dann gegeneinander oder miteinander antreten. Ich weiß es ja nicht. Also kann natürlich auch so eine Doppelkarte sein. So eine doppelte Angriffskarte, dass man dagegen irgendwen anders antreten kann. Es geht weiter mit Mando und Grogu schon wieder. Vielleicht haben wir diesmal Glück und alles, was wir uns erhofft haben wird, war unsere drei Wünsche kommen in Erfüllung. Ich weiß es nicht. Also es sind ja wirklich noch drei Wünsche, die anderen drei Goldkarten. Deswegen. Also das ist nicht zu verachten, meine Wünsche. Ich bitte darauf Rücksicht zu nehmen, liebes Kartenpack. Also vielleicht hast du ja eine Goldkarte, würde mir schon reichen in diesem Kartenpack. Einen finsteren Darth Vader. Damit begönnen wir einen entschlossenen Boba Fett. Ich werde nicht mehr. Hier haben wir dann eine Setkarte, nämlich den imperialen Suchdroiden. Der war anscheinend so hoch, dass er nicht auf die Karte gepasst hat. Deswegen mussten sie den einfach drehen. Dann geht es weiter mit einem Mikro ATRT. Es ist also ein Microfighter ATRT als Fahrzeug. Das eine ist ein Set, das andere ein Fahrzeug. Und die besondere Karte ist ein machtvoller Sturmtruppler der Ersten Ordnung. Hatte ich den hier nicht schon mal? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, den hatte ich schon. Aber ich kann mich auch irren. Ja, also die Kartensituation hier hinten nimmt so ein bisschen Überhand. Ich habe ein bisschen unterschätzt, wie viele Karten hier eigentlich drin sind. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Kartenpack mit 5 Packs drin. Oder zum nächsten Booster mit 5 Packs drin. Und beginnen mit einem weiteren Droiden, wie ja eben auch schon. Nämlich dem Team Droiden. Nämlich mit Dio und BB-8. Damit geht es weiter mit einem grausamen General Grievous. Der sieht auch ziemlich cool aus. Hinten glitzert es schon. Dann ist hier ein Fahrzeug enthalten. Der Micro T16 Skyhopper. Und eine Glitzerkarte auf jeden Fall. Diese Glitzerkarte ist allerdings als viertes im Pack. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Also entweder kommt jetzt irgendwie noch eine Glitzerkarte oder eine normale Karte. Oder wir haben heute zum ersten Mal eine Goldkarte mit drin. Aber ich bezweifle das so ein bisschen. Deswegen drehen wir jetzt einfach mal das Kartenpack. No! What? Okay, ich bin super, super happy gerade. Das ist die Gold Edition der Darth Vader. Damit haben wir gleich zwei Goldkarten. Und ihr habt es schon gesehen. Es kann auch passieren, dass man eben zwei Glitzerkarten in einem Pack bekommt. Wir haben zwei Goldkarten. Einmal den Kylo Ren auf der rechten und die Gold Edition Darth Vader auf der linken Seite. Und eine Sache ist sehr interessant. Nämlich, dass sie hier den alten Darth Vader gewählt haben. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und der ist auch so ein bisschen matter. Ich weiß gar nicht, ob das Absicht ist oder ob das hier, ja, wahrscheinlich bei den beiden Karten gleich. Also ungefähr gleich. Der hat hier nur noch so rote Streifen drauf. Aber eben, wie gesagt, der alte Darth Vader. Nicht die neue Darth Vader Version mit dem abnehmbaren Helm und so einem Kram. Ich bin so unfassbar glücklich und ich muss das Ding jetzt gerade erstmal eintüten. Vielen Dank nochmal an Fabian für die Extra-Tüten. Ich hoffe, ich weiß, wie man die Dinger benutzt. Ach, so gut. Also so funktioniert es. Wunderschön eingetütet. Damit haben wir unsere zweite Goldkarte. Und nach dem Darth Vader aus der Goldkarte kommen wir auch schon zum Darth Vader hier auf dem Booster oder auf der Booster-Verpackung. Und da kann natürlich nichts anderes drin sein als in dem, ich glaube, in dem Kartenpack war ja eben Yoda. Vielleicht gibt es ja einen goldenen Yoda. Wer weiß. Also der müsste dann ja hier drin sein. Okay, zumindest ein normaler Yoda ist hier drin. Ey, wie passiert sowas eigentlich immer? Immer wenn ich anfange zu reden, passiert irgendwas komisches. Ich sollte einfach die Klappe halten. Meister Yoda haben wir hier. Der guckt ganz schön seltsam, aber er benutzt halt auch gerade die Macht. Also was soll man erwarten? Dann haben wir Boba Fett und Jabba der Hütte. Okay, ja, ist auch so ein nettes Gangster-Duo. Dann haben wir hier ein Fahrzeug, nämlich den Imperial TIE Fighter. Eins meiner absoluten Lieblings-Sets aktuell. Ein weiteres Emblem, nämlich die Rebels oder beziehungsweise das Rebels-Symbol. Und einen machtvollen Darth Maul, der natürlich auch nicht fehlen darf. Und dahinter ist keine weitere Goldkarte. Also hier ist es jetzt so geblieben. Ich habe mich schon fast daran gewöhnt, dass wir jetzt immer eine Goldkarte dahinter bekommen. Aber ja, es soll natürlich nicht immer sein. Man muss die Spannung ja, wie gesagt, noch ein bisschen halten. Also das ist natürlich auch in Ordnung. Damit machen wir hier schon das nächste Kartenpack auf. Ihr seht schon, die Dinger gehen sehr, sehr schwierig auf, ohne dass man sie komplett kaputt macht. Ich habe es jetzt schon oft genug erzählt. Die Dinger sind eben aus Papier. Ihr merkt es ja auch. Ein blauer mandalorianischer Krieger. Ich glaube, den habe ich tatsächlich noch nicht. Da gibt es ja vier zu sammeln. Und der hier fehlt mir, glaube ich, noch. Dann haben wir den treuen R2-D2. Eine Comic-Karte, nämlich hab ihn. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal gezeigt hier. Die Pool-Party mit dem coolen X-Wing hier hinten. Ich liebe das Ding. Also ja, Todesstern hin oder her. Aber diesen X-Wing da hinten, den will ich haben. Der sieht mega, mega cool aus. Dann haben wir noch ein Fahrzeug, nämlich den A-Wing Starfighter. Und eine, ja, kleine Karte mit Meister und Schüler Darth Sidious und Darth Vader. Ich glaube, die habe ich schon. Habe ich die nicht eben gerade noch ausgepackt? Leute, es sind viel zu viele Karten hier drin. Was soll ich machen? Ich erinnere mich nicht mal mehr, was wir ja am Anfang des Unboxings schon ausgepackt haben. Siehst du, so, so schlecht ist mein Kurzzeitgedächtnis. Oder was auch immer für ein Gedächtnis. Eigentlich jedes Gedächtnis bei mir ist schlecht. Sowohl Langzeit als auch Kurzzeit. Also macht nichts. Ich vergesse einfach alles und freue mich dann nochmal, wenn ich eine Karte eben nochmal bekomme. Und bemerke dann erst im Nachhinein, dass sie doppelt ist. Also ist völlig in Ordnung. Der Mandalorianer, die coole Beskar-Version vom Mandalorianer hier einmal aufgedruckt. Dann haben wir die fokussierte Ahsoka Tano. Ich bin ja so ein Riesenfreund von Ahsoka Tano. Ich bin mir sicher, ich bin nicht der einzige. Ahsoka ist einfach richtig, richtig cool. Ein Fahrzeug, das Angriffsshuttle aus The Bad Batch und ein galaktisches Imperium-Emblem. Also jetzt haben wir langsam aber auch alle Embleme dann zusammen. Ich hoffe, ja, wir bekommen nicht zu viele doppelt. Und die seltene limitierte Karte aus diesem Pack ist ein Ultra-Duell von Greedo. Und ich weiß nicht, mit wem zur Hölle könnte er sich duellieren? Na gut, okay, Han Solo wahrscheinlich. Also nur eben zur kurzen Messung für euch. Wir sind ungefähr bei der Hälfte der ersten Reihe des Displays angekommen. Und deswegen machen wir uns jetzt eben an eins der, ja, ersteren Karten-Packs. Also wir sind immer noch nicht über die Hälfte der Karten-Packs raus. Und ihr seht schon, wie meine Packs oder wie meine Karten hier hinten überquillen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir machen weiter mit einem Ritter von Ren oder Knight of Ren, nämlich Ableck. Wie auch immer man das ausspricht, so definitiv nicht. Ein Team Troubler. Irgendwie haben wir sehr oft diesen Dubeck hier hinten mit drin. Dann geht's weiter mit einem Set, nämlich dem Gong-Droiden. Der ist ja in einem Set von mehreren erschienen. Einen Comic haben wir auch noch mit dabei, nämlich Gru steht hier oben. Whirlpool, ich mag die kleinen Creature-Enten. Und natürlich, oh, eine mächtige Ahsoka Tano. Ich glaube aber, die habe ich im letzten Unboxing auch schon ausgepackt. Trotzdem eine ganz besondere Karte. Gefällt mir auch so gut wie der 501st Legion-Clone-Trooper, aber die, wie gesagt, habe ich schon. Und damit geht's weiter mit einem Pack von Darth Vader. Auch hier schauen wir natürlich mal rein und gucken, was dieses Pack uns mitbringen kann. Ob es etwas Gutes ist oder ein BB-8, natürlich. Aber BB-8 ist auch niedlich, also der ist okay. Wirkt hier aber ein bisschen blass. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist oder ein kleiner Misprint. Das passiert ja ab und zu mal. BB-8, dann haben wir einen mutigen Klon-Trooper aus dem Battle-Pack von 2009. Es geht weiter mit Dooku. Den habe ich tatsächlich noch nicht. Das ist erst der Anfang. Genau. Ein Jedi-Emblem. Hatte ich das schon? Warte. Rebels. Ne, Rebels hatte ich schon. Genau, die Jedi hatte ich, glaube ich, noch nicht. Und damit haben wir hier die letzte, nämlich die mächtige Rey. Die hatten wir ja vorhin schon als normale Karte. Jetzt muss ich mir kurz ein bisschen aufteilen. Genau hier hinten und die limitierte Karte kommt da hin. Und damit geht es weiter mit dem Yoda. Und auch hier gucken wir natürlich einmal rein, was drin ist und schauen mal, ob hier uns eine weitere Goldkarte beglückt, sage ich mal. Aber letztes Mal war es ja so, dass wir in dem, doch, nee, in dem Yoda-Pack war das, glaube ich, ne? Dass wir da in dem Yoda-Pack eine Goldkarte drin hatten. Also, wenn hier jetzt wieder eine Goldkarte drin ist, dann wisst ihr, ihr müsst auf jeden Fall ein Yoda-Pack kaufen. Aber ich kann schon mal spoilern, es ist keine drin. Es sieht zumindest nicht danach aus. Wir haben die fokussierte Rey, einen starken Anakin Skywalker, ein Set, nämlich das letzte Duell auf dem Todesstern und einen Armored Assault Tank oder AAT. Und als limitierte Karte einen entschlossenen Anakin Skywalker. Ach nee, hier vorne war es ein starker Anakin Skywalker. Also, ja, entschlossen sind sie ja heute irgendwie alle. Haben wir ja schon öfter gehabt heute. Und ein paar Sets haben wir hier. Und damit geht es weiter mit dem nächsten Pack. Ich weiß es nicht mehr, ob das im Yoda-Pack war oder in dem Pack danach. Also, es kann auch sein, dass es in dem Pack danach gewesen ist. Also, eine Chance momentan haben wir noch, dass hier vielleicht dann eine Goldkarte drin ist. Aber man weiß es natürlich nicht. Grogu wird es nicht sein, weil den haben wir hier schon. Also, ein Grogu, da ist hier zumindest in diesem Pack schon mal einer drin. Der wird bestimmt dann nicht als Goldkarte nochmal drin sein. Wilder Darth Maul. Oh, ein weiterer 501st Trooper. Entschuldigung, ich freue mich gerade. Es ist super cool. Ich mag diese Karte so gerne. Ihr könnt es gar nicht nachvollziehen, aber na gut, könnt ihr wahrscheinlich schon. Ich packe sie wieder da hinten hin. Diese Karte ist der absolute Wahnsinn. Ich überlege beinahe sogar, ob ich damit eine Armee aufbaue. Also, manche Leute wollen ja eine Armee von den Five-of-First-Troopern haben, von den Minifiguren. Ich will eine Armee von diesen Karten haben. Fahrzeug der AT-AT und einmal die beiden erfahrenen mandalorianischen Krieger. Ich glaube, da hatten wir ja vorhin schon die anderen beiden, die man auch sammeln konnte. Das nächste Kartenpack von Grogu und dem Mandalorianer schon wieder. Wir haben ja nur vier verschiedene, also da werden sich die ganzen natürlich immer drei- und fünffache wiederholen hier innerhalb der Minuten. Hier haben wir schon wieder ein Yoda. Oder ich glaube, es ist auch tatsächlich der gleiche, den wir eben schon in einem Pack mit drin hatten. Oder, ne, Weiser Meister Yoda. Ich glaube, die hatten wir noch nicht tatsächlich. Es geht weiter mit General Maximilian Veers oder Max... Max... Max Veers oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Noch einmal den ITS Transport. Ein Asajj Ventress Lichtschwert. Auch sehr, sehr cool. Das fehlt mir tatsächlich auch noch, glaube ich. Oder, ne, ich glaube, das war das erste Lichtschwert, was ich mal ausgepackt habe. Und ein Ultraduell von Han Solo. Moment, warte, wir hatten doch eben das Ultraduell von Greedo. Passen die zusammen? Ja, hier haben wir das erste vervollständigte Ultraduell. Wir nähern uns so langsam dem Ende der ersten Hälfte und haben hier ein weiteres Pack von Darth Vader mit dabei. Und gucken auch hier natürlich mal rein, ob wir eine weitere, ja, Lego Star Wars Goldkarte erwischen können. Oder ob es dann hier das mit meinem Glück auch gewesen ist, mit der einen Goldkarte, die ich selbst dann mal gezogen habe. Freunde Han Solo und Leia Organa und Luke Skywalker. Es geht weiter mit einem neugierigen BB-8. Einer Comic-Karte. Ich bin noch keine Matratze. Die habe ich auf jeden Fall schon. Dann ein Fahrzeug, nämlich den Barkspeeder aus dem 501st Battle Pack. Und eine Karte von Obi-Wan und Darth Maul. Das heißt, die beiden kämpfen natürlich dann auch miteinander, füreinander und gegeneinander. So wie es eben im normalen Kampf auch läuft. Eine Yoda-Packung haben wir hier noch. Ein Yoda-Booster oder ein Yoda-Pack oder wie auch immer. Und hier ziehen wir natürlich auch etwas ganz Besonderes raus. Nämlich einen Obi-Wan als Padawan. Auch sehr schön. Der hat ein schönes Stoff-Cape. Also wenn Lego jemals Stoff-Capes rausbringt, die so schön runterfallen, dann bin ich glaube ich richtig happy. Also das wäre schon mal richtig, richtig cool. Einen grünen mandalorianischen Krieger. Weiß ich nicht, ob ich den schon habe. Es kann auch sein, dass wir den eben hatten. Dann ein Fahrzeug des Imperial Shuttle und ein Lichtschwert von Darth Sidious in Chromgold oder Pearlgold oder wie auch immer. Und die limitierte Karte für heute ist einmal ein finsterer Kylo Ren. Nicht ganz so spannend wie erwartet, aber trotzdem eine nette Karte glitzert vor allem immer schön. Aber das tun die Glitzer-Karten bekanntlich des Namens ja alle. Es geht weiter mit Darth Maul. Auch hier. Oh, ich bin so gespannt, ob wir heute noch eine weitere Goldkarte rauskriegen. Ihr glaubt das gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch gar nicht erklären. Es ist einfach dieses typische Sammler-Gen, was dann wahrscheinlich auch alle Lego-Star-Wars-Sammler oder Mystery-Box-Sammler oder was auch immer alle in sich haben. Und natürlich auch alle Kartensammler immer dabei sind. Pflichtbewusster Sand Trooper, den habe ich schon. Den AT-AT-Piloten habe ich tatsächlich auch schon. Snoke, den habe ich noch nicht. Gib mir alles. Dann haben wir noch ein weiteres Comic. Das habe ich natürlich auch schon. Und die besondere Karte in dem Fall ist ein machtvoller Boba Fett. Es folgt Darth Maul und danach auch nur noch drei weitere Packs. Dann haben wir die Hälfte schon überschritten. Und dann können wir uns endlich eben an die zweite Hälfte machen und mal gucken, ob wir da vielleicht noch ein paar mehr coole Karten-Packs drin bekommen. Hier auf jeden Fall beginnen wir mit dem bösen General Grievous. Genauer gesagt dem Grausamen in dem Fall. Also das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Es geht weiter mit dem Team Droiden. Dio und BB-8. Die hatten wir, glaube ich, eben schon. Ich habe hier eine übersprungen gerade. Es tut mir ganz so leid. Eine Fahrzeugkarte Transporter des Kopfgeldjägers. Und jetzt muss ich mal kurz, kurz hier sortieren, damit nicht irgendwas auf den falschen Stapel kommt. Hier haben wir eine doppelseitige Karte. Und da muss ich auch mal ganz kurz hier die besondere zeigen. Nämlich Yoda und Darth Sidious hatten wir jetzt auch schon. Und auf der anderen Seite ist die Galaktische Republik. Weiß ich auch nicht ganz genau, ob ich die schon hatte. Aber ich glaube, bei der, die hatte ich schon, aber die anderen alle noch nicht. Also, ja, werde ich alles rausfinden, sobald ich die dann mal sortiere. Das werden wir entweder gemeinsam im Livestream mal machen, wie auch immer. Oder ich mache das mal in einer ruhigen Minute zu Hause. Es geht weiter mit einem Grogu und Mandalorianer. Und dann kommen noch zwei Packs, wenn ich das hier richtig sehe. Und dann haben wir die Hälfte schon geschafft. Dann haben wir aber auch schon eine ganz schöne Menge an Kartenpacks geöffnet hier. Einen mutigen Mandalorianer haben wir. Entschuldigung, mutiger der Mandalorianer. Es geht weiter mit einem finsteren Der Darth Maul. Dann haben wir hier einen Maus-Droiden von den Sets. Und einen Comic noch. Also irgendwie, ich kann nichts sehen. Vertrau mir, das ist ein neuer Trend. Und verdrehter Helm. Ganz ehrlich, ich glaube, so schießen die eh besser. Also, viel schlimmer kann es ja auch nicht werden. Und die limitierte Karte für heute ist der machtvolle Sturmtruppel der ersten Ordnung. Den haben wir aber auf jeden Fall schon gehabt. Daran erinnere ich mich. Es geht weiter mit dem vorletzten Pack aus der ersten Reihe. Und ja, ich bin mega gespannt. Bisher haben wir aus dieser Reihe ja eine Goldkarte rausgezogen. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, die Statistik noch ein bisschen besser zu machen, dann schaffen wir es hier aus dieser Reihe noch eine weitere Goldkarte rauszuziehen. Das wäre natürlich absoluter Wahnsinn. Wir beginnen mit dem wilden Darth Sidious. Und was mir noch gar nicht aufgefallen ist, könnt ihr hier mal sehen. Die glänzen und haben so ein kleines Logo eingedruckt. Beziehungsweise, ich weiß nicht genau, was das ist. Aber man sieht es, glaube ich, von hinten. Ne, von hinten sieht man es nicht. Aber von vorne, ihr seht das hier glitzern. Ich finde das total cool. Mir macht das Spaß. Es ist keine Glitzerkarte. Das ist eben das Spannende. Und die anderen haben das auch nicht. Wirklich nur dieser Darth Sidious. Finde ich klasse. Also gefällt mir sehr. Kuruk, ein weiterer Knight of Ren. Dann haben wir hier das Gegenstück zu dem Barkspeeder. Nämlich den AT-RT aus dem 501st Battle Pack. Obi-Wan, nur ein Sith, kennt nichts als Extreme. Only a Sith, deals in absolutes. Ja, auch wieder eine sehr coole Karte. Die habe ich auch noch nicht. Und ich liebe diese Comic-Karten. Sie sind so cool. Und jetzt kommen wir zur besonderen Karte. Nämlich ultraduell mutiger Anakin Skywalker. Und es kann sein, dass das hier die Karte mit dem Dooku ist. Aber die ist irgendwo hier drunter verschollen. Und die finde ich, glaube ich, so schnell nicht wieder. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Pack vor der Halbzeitpause. Nämlich ist das hier das letzte auf der rechten Seite. Nämlich das, ja, vor der Hälfte, wie gesagt. Und dann kommen wir auch schon zum Rest der Karten-Packs. Und ja, es kann ja nur fantastisch werden, sage ich mal. Wir haben jetzt schon so viele coole Karten rausgezogen. Und sobald ich noch einen dritten von den 501st Legion Clone Troopern rausbekomme, bin ich einer der glücklichsten Menschen auf der Erde. An mutige Königin Amidala. Die Karte habe ich auf jeden Fall schon. Die ist wunder, wunderschön. Ich liebe die Minifigur. Ich liebe die Karte. Sie ist einfach fantastisch. Mutiger Dio, den hatten wir eben auch schon mal. Dann haben wir Leia. Oh, die haben wir tatsächlich noch gar nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo sie ihre Illusionen hernehmen. Laser gehören. Ein wahnsinnig cooler Spruch natürlich. Dann ein weiteres Set. Nämlich den R2-D2. Den UCS-R2-D2 von 2021. Und eine Karte vom machtvollen Darth Maul. Und die heutige Halbzeitpause wird gesponsert von James, unserem Ewok. Damit beginnt jetzt aber auch der spannende Countdown. Ob wir es noch schaffen, weitere Goldkarten hier aus den Packs rauszuholen. Ich bin mega gespannt. Ansonsten muss ich irgendwie noch anders an die Goldkarten rankommen. Das wäre natürlich ganz schön was. Da werde ich mal versuchen, dann ranzukommen. Aber momentan sieht es ja noch gut aus. Wir haben ja zumindest eine rausbekommen. Und das ist ja zumindest schon mal etwas. Das entschlossener Meister Qui-Gon Jinn, ihr seht schon, der guckt wieder so böse. Also das bin nicht ich, sondern das ist wirklich irgendwie so, dass sie sich dann nur die bösen Gesichter rausgesucht haben. Kluger Lando Carissian. Eine Hütte, nämlich das Set von Obi-Wan. Hier die 75, 270 oder so oder 71, weiß ich gar nicht genau. Dann wir hier ein weiteres Fahrzeug. Oh, wie schön. Die Nebulon Fregatte aus dem Comic-Con-Set. Eine wunder, wunderbares Set. Leider eben auch relativ teuer. Und einen entschlossenen Obi-Wan Kenobi. Schon wieder erschloss. Also komm schon. Ja, ein paar mehr Adjektive hätten dann auch nicht schlecht getan. Hier haben wir einen weiteren Yoda. Und dieser Yoda, der guckt auch sehr entschlossen, wie ihr wisst. Und vielleicht haben wir hier entschlossener Weise auch mal eine ganz besondere Karte drin. Und das Tolle ist, ich bin ja nicht nur mit einer Goldkarte einverstanden, sondern auch mit einem 501st Trooper. Also liebes Pack. Du weißt, was los ist. Eine von den beiden wirst du doch bestimmt hier drin haben. Ich bin ganz gespannt, was es denn sein wird. Imperialer Ehrengardist. Eine General Leia Organa. Die hatten wir eben auch schon. Den Yoda, glaube ich, hatten wir eben auch schon. Vernichten die Sith. Wir müssen. Und eine Comic-Karte, die sieht so aus. Ich habe Wäsche waschen. Einfachere in Erinnerung. Okay. Ja, ist auch eine interessante Comic-Karte. Und ein weiteres Ultra-Duell, nämlich den bösen Darth Vader. Und ich glaube, hier war der Luke auf der anderen Seite, den wir vorhin in dem anderen Pack schon mit drin hatten. Apropos Darth Vader. Mit einem Darth Vader geht es dann auch gleich weiter. Da werden wir das nächste Pack einmal öffnen. Da haben wir auch schon wieder bestimmten Darth Vader mit drin. Oder, naja, zumindest irgendjemanden, der so auf drei Wegen mit ihm verwandt ist. Wenn auch nur extern. Und dann ein Sturmtruppler, Scharfrichter der ersten Ordnung. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Der hier guckt sehr seltsam. Der hat so ein bisschen so ein Mickey-Maus-Gesicht. Ich weiß auch nicht. Ich kann es nicht erklären. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Das sind irgendwie die Linien sind auf der falschen Höhe. Oder ich... Keine Ahnung. Irgendwie so die Richtung ist es. Qui-Gon. Er guckt schon wieder richtig böse. Selbst das ist... Also selbst die Karte, die ich richtig gut leiten kann, guckt böse. Wieso? Es gibt immer noch einen noch größeren Fisch. Schöner Spruch. Aber trotzdem irgendwie ganz seltsame Karte. Erste Ordnung haben wir mit dabei. Und einen wunderbaren wilden Chewbacca. Ja, das ist echt der Wahnsinn, wie viele Packs wir jetzt schon ausgepackt haben. Aber natürlich auch der Wahnsinn, wie viele hier hinten noch drin sind. Und wie viele wir noch auspacken dürfen. Und die Spannung, die steigt. Ihr wisst gar nicht, wie aufgeregt ich bin. Das ist der Wahnsinn. Solche Unboxing sind immer ein Horror, weil es so langsam geht. Und ich natürlich hier auch durch die Packs durchgehen möchte. Aber natürlich auch wissen will, ob am Ende dann vielleicht trotzdem noch eine von diesen Karten drin ist. Und das Tolle bei Minifiguren ist ja, man kann fühlen. Mache ich ja momentan auch nicht so oft. Aber bei den Karten hier ist das eben nicht meine Möglichkeit. Den Sith Trooper. Den finde ich richtig, richtig cool. Einer meiner Lieblings Trooper überhaupt. Dann haben wir Rebellen Layer Organa. Ein weiteres Fahrzeug oder Set. Den Speeder Bike des Mandalorianers. Ein Set in dem Fall. Boba Fett Helm. Und als limitierte Karte haben wir hier den machtvollen Django Fett. Der leuchtet auch ganz, ganz wunderbar. Ich weiß nicht, warum hier so ein roter Hintergrund ist. Ich hätte mir beinahe so einen dunkelblauen Hintergrund gewünscht. So mit verschiedenen Blautönen. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich cool gewesen. Haben sie in dem Fall jetzt nicht mit reingenommen. Damit kommen wir zu einem etwas verknickten Pack. Ich hoffe, die Karten drin sind in Ordnung. Aber ich gehe so ein bisschen davon aus. Und hier als erstes haben wir dabei, na, können wir es einmal entledigen. Hier einen Count Dooku sehe ich auf jeden Fall. Mit einem zweifarbigen Glitzerding vorne dran. Oder so ein Machtforce Blitzding. Das wäre mal cool. Also wenn das mal rauskommt, ich glaube, das werde ich mir definitiv auch einzeln ein paar Mal kaufen, weil es cool aussieht einfach. Ein Praetorianer-Gardisten. Mann, ist das ein Wort. Dann haben wir Han Solo. Sehr komisch, kommt mir das nicht mehr vor. Es gibt noch einen Satz, der bei ihm viel, viel besser gepasst hätte. Und zwar, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Das hätte doch mal perfekt auf so einer Karte ausgesehen. Ganz ehrlich. Dann haben wir hier Anakin... What? Wait, wait a second. What? Anakin Skywalkers Lichtschwert. Das ist nicht richtig. Also ich habe hier gerade nochmal extra den kleinen Stapel durchgekramt. Und jetzt habe ich hier komplette Unordnung drin. Aber ihr seht, wie die Lichtschwerte eigentlich aussehen müssten. Das heißt, wir haben hier eigentlich die Lichtschwertklinge unter dem Lichtschwert, wie es normalerweise ist. Und auf der linken Seite haben wir das nicht. Und dieses Lichtschwert hier scheint tatsächlich ein Misprint zu sein. Und zwar wahrscheinlich nicht nur diese eine Karte, sondern ich glaube, sie haben es einfach beim Design schon verhauen. Das heißt, diese Karten hier werdet ihr von Anakin Skywalkers Lichtschwert wahrscheinlich genauso bekommen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das hier auch schon bekommen habt. Und ob das bei euch auch so aussieht oder ob ihr eine andere Version bekommen habt, die anders aussieht. Und würde mich mal sehr interessieren, ob das jetzt irgendwie ein Einzelstück ist oder so. Aber schreibt es mir gerne unten rein. Bin sehr gespannt. Also für mich ist das hier, wie gesagt, ein Misprint von der Karte. Ich glaube, es gibt einfach keine richtige. Und jeder bekommt die. Aber schreibt es mir gerne rein, falls ihr eine bekommen habt, die eben anders aussieht. Das ist ja mal interessant. Also habe ich bisher auch so noch nicht gesehen. Die ist eigentlich auch besonders genug, dass ich sie hier hinten zu dem Fiber First Trooper packe. Aufgeregter R2D2 ist hier die Sonderkarte. Aber ganz ehrlich, dieser Misprint hier hinten, der ist schon ziemlich interessant. Ich finde es spannend. Also ja, sowas ist natürlich dann auch wieder lustig, wenn man dann doch mal merkt, ja, das ist auch nur eine Firma. Es kann passieren, dass Fehler gemacht werden. Und ja, sowas zum Beispiel ist auch mal mit dabei. Finde ich cool. Finde ich richtig sympathisch. Richtig klasse. Für mich ist das jetzt auch wieder ein Sammelobjekt. Also sowas hätte ich auch gerne nochmal einfach, um es mir nochmal hinzulegen. Also keine Ahnung. Ich finde das klasse. Mir gefällt das. Und der Fiber First Trooper natürlich. Also da müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Luke Skywalker, einen mutigen, keinen entschlossenen diesmal. Einen mutigen Luke Skywalker, einen klugen Poe Dameron haben wir mit dabei. Einen Comic mit Es wird Stunden dauern, bis du wieder trocken bist. Ja gut, er ist ja auch ein wandelndes Handtuch. Dann haben wir hier noch ein weiteres Comic. Ich habe ihn auf den falschen gelegt. Ich will nicht fangen spielen mit R2. Ja, okay. Kann man machen. Und einen machtvollen Count Dooku als Sonderkarte mit dabei. Und ich muss jetzt einfach durch die Packs durchgehen, um rauszufinden, ob wir hier irgendwo noch eine Goldkarte drin haben. Das Pack hier erscheint mir ein bisschen dick. Vielleicht haben wir hier mal ein Pack mit sechs Karten. Aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu dämlich zum Fühlen. Das kann natürlich auch sein. Hier haben wir einen finsteren General Grievous. Einen TIE Fighter Piloten. Dann einmal einen Vader mit Es gibt kein Entkommen. Ein Lichtschwert von Darth Vader. Den haben wir natürlich auch mit dabei. Und einen Vader. Ja, also wir haben ganz viel Vader in diesem Fall mit dabei. Einen machtvollen, ein Vaders Lichtschwert, ein Vader hier. Und ja, das war's. Hatten wir nicht überhaupt eine Vader-Packung? Nee, das war ein Yoda. Okay, na gut. Aber zumindest das. Dafür kommen wir jetzt zu einem weiteren Darth, nämlich Darth Maul. Und der enthält bestimmt ein paar ganz, ganz tolle Karten. Und zwar unter anderem Luke Skywalker. Natürlich. Warum auch nicht? Und dann auch noch den alten. Den finde ich aber ziemlich klasse. Also das Set gefällt mir auch sehr. Das war dieses Arc 2 Island. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das weiß ich nicht. Aber zumindest die Karte, die ist sehr, sehr cool. Einen mutigen Poe Dameron. Ich glaube, den hatten wir ja genau eben schon mal. Dann haben wir hier das Duell of Mandalore. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch mein drittes davon. Ist aber auch ein sehr schönes Set. Ich habe es ja schon gesagt. Diese Set-Karten, die mag ich generell gerne. Wir haben hier eine Fahrzeugkarte, den Micro T-16 Skyhopper. Und ein Ultraduell fieser Kylo Ren, der wahrscheinlich mit Rey hier sein Lichtschwert kreuzt. Hier ist noch einmal der Skyhopper. Und damit geht es auch schon weiter mit Grogu, mit dem Mandalorianer. Und auch hier gucken wir natürlich mal. Wir neigen uns tatsächlich dem Ende zu. Also wir können schon sehen, wir haben noch ein paar Kartenpacks vor uns. Aber ja, so viele sind es dann nicht mehr. Also ja, so langsam steigt die Angst doch, dass ich meine Goldkarten nicht komplett vollständig bekommen sollte. Das wäre natürlich was. Gerade nach so einem kompletten Display-Unboxing hätte ich mir natürlich erhofft, zumindest nochmal zwei weitere Goldkarten zu kriegen. Eine haben wir jetzt. Kind Anakin Skywalker, einen Tastenräuber. Dann nochmal Anakin. Jetzt kann der Spaß anfangen. Ich liebe diese Karte. Die passt für mich auch perfekt zum Five-O-First Trooper. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier das Emblem von Mandalore. Mann, sieht das gut aus. Okay, das hatte ich auch noch nicht. Eine sehr, sehr tolle Karte. Und als Limitierte haben wir dabei die Rivalen Luke Skywalker und Darth Vader. Ich glaube, das hatten wir vorhin in irgendeinem anderen Kartenpack schon mal. Und damit kommen wir zu Darth Vader himself. Vielleicht ist hier wieder irgendwas mit Vader drin. Wer weiß. Also vielleicht irgendwas ganz Besonderes, wie eine goldene Darth-Vader-Karte oder so. Also nicht, dass ich die wollen würde oder keine Ahnung. Also wäre halt ein netter Bonus, aber muss jetzt auch nicht sein. Ich meine, wozu braucht man die überhaupt? Einen wilden Jango Fett als erstes. Dann einen alarmierten, ich habe gerade animierten gelesen, alarmierten Chewbacca. Einmal Rey. Ich glaube, die habe ich auch schon seit mit mir. Ein wunderschönes gelbes Lichtschwert. Ich mag es leiden. Ein Comic mit dem Maus-Droiden-Rodeo habe ich auch schon. Und eine machtvolle Captain Phasma. Und mich würde übrigens mal interessieren, ich weiß nicht, ob ihr da Insights drüber habt, aber mich würde mal interessieren, wie sowas eigentlich funktioniert, dass diese Karten-Packs verpackt werden. Dass da wirklich immer fünf verschiedene drin sind und auf immer eine limitiert drin landet. Okay, das kann ich mir denken. Aber dass da wirklich immer fünf verschiedene Karten drin sind. Ich weiß nicht, wie sowas funktionieren kann. Dass die da irgendwie 20 verschiedene Stapel haben und dann wird immer von einem einer runtergenommen. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Freunde, Finn, Rey und Poe Dameron. Einen selbstsicheren Anführer Snoke. Ein Set, nämlich BB-8. Ein Kylo Ren's Lichtschwert haben wir mit dabei. Und einen machtvollen General Grievous mit leuchtenden Augen. Das ist super, super cool. Auch hier einmal kurz durchsortiert, damit es auch alles auf die richtigen Stapel wandert. Und dann haben wir hier den nächsten, nämlich Darth Maul, als Karte mit dabei. Und auch hier schauen wir natürlich einmal rein und beginnen wieder mit einer Captain Phasma. Die hat diesmal keine Adjektive davor. Es ist wirklich nur Captain Phasma. Keine entschlossene, keine fiese, keine böse, keine Ahnung, aufgehitzte, weil sie in der Wüste steht. Sondern einfach nur Captain Phasma. Mutiger Han Solo ist das nächste Set. Dann haben wir hier das Gegenstück zu dem T-16 Skyhopper. Nämlich diesen Banta. Das einzige Lego Banta, was bisher erschienen ist. Sehr schade. Ich hoffe auf ein neues. Dann haben wir hier den Dio. Von dem hatte ich vorhin schon einmal kurz gesprochen. Nämlich das Lego Set. Und als letztes haben wir den machtvollen Darth Sidious. Ich merke hier, ich komme ein bisschen durcheinander. Aber der machtvolle Darth Sidious ist cool vor einem grünen Hintergrund. Ja, warum nicht? Also warum irgendwas Böses nehmen, wenn man dann auch eine schöne, fröhliche Frühlingsfarbe nehmen kann für den bösesten Sith Lord aller Zeiten. Also bin ich voll dabei. Bin ich voll dabei. Ist absolut kein Problem. Es geht weiter mit einem der letzten Packs. Wie gesagt, ich glaube sechs oder sieben Packs haben wir dann noch. Und dann ist es auch schon vorbei. Dann haben wir hier das komplette Pack ausgepackt oder Display ausgepackt. Wir haben ja einen jungen Padawan, Obi-Wan Kenobi hatte ich vorhin auch schon mal. Einen loyalen Sturmtruppler hatten wir auch schon. Dann haben wir einen Stormtrooper Helm. Ich glaube, den hatten wir auch schon. Es geht weiter mit einer machtvollen Captain Phasma. Und nein! Okay, ja. Wir haben eine weitere Goldkarte. Es ist eine tolle Goldkarte. Jetzt habe ich zweimal Darth Vader. Aber das ist auch in Ordnung. Ich freue mich über eine weitere Goldkarte. Bitte versteht mich nicht falsch. Es ist natürlich was sehr, sehr Cooles. Aber zweimal Darth Vader. Wow! Das muss man auch erstmal schaffen. Das ist die Karte Nummer 220. Ich habe sie wieder hier eingetütet. Jetzt haben wir gleich drei Goldkarten. Zwei davon allerdings die gleichen. Die sehen auch 100% gleich aus. Hätte ich auch nichts anderes erwartet. Das ist aber sehr interessant. Das hätte ich wirklich nicht kommen sehen, dass wir jetzt zweimal die gleiche Goldkarte hier rausholen. Also das scheint dann auch mal passieren zu können. Das ist aber sehr interessant. Es geht weiter mit einem weiteren Pack. Vielleicht haben wir hier nochmal eine andere Goldkarte drin. Aber ja, so langsam wird es dann doch etwas eng. Wir haben ja schon gesehen, wie weit die Goldkarten auseinander liegen. Also wahrscheinlich wird hier keine weitere mehr mit drin sein. Also in den letzten Packs. Aber die Spannung bleibt natürlich bestehen. Hier haben wir einen Gardo oder Cardo. Ich weiß nicht genau. Einen machtvollen Kylo Ren. Nochmal ein Kylo Ren. Ich werde beenden, was du begonnen hast. Pardon. Einmal ein Comic mit Abrissbebirne oder Babyirne oder wie auch immer man das ausspricht. Und als letztes ein Ultraduell mit heldenhafte Rey. Und ich glaube, hier hatten wir doch eben gerade den Kylo Ren. Den muss ich nochmal eben kurz suchen. Ich glaube, die beiden waren ja irgendwie das Ultraduell Pack Nummer 2, was wir hier vollständig haben. Wie cool ist das denn? Auch das sieht natürlich mega cool aus. Also ich bin großer Freund von diesen Ultraduell Karten. Die sehen ja schon ziemlich klasse aus. Da hätte ich doch gerne alle von. Und ich hoffe vielleicht dann nach diesem Unboxing, dass nicht mehr zu viele Karten fehlen. Das wäre schon mal klasse. Das würde mich freuen. Und damit kommen wir zu, ja, wie gesagt, dem End Run. Wir haben jetzt noch ein paar Karten Packs hier vor uns. Aber so viele sind es eben nicht. Den hier habe ich glaube ich noch nicht. Den selbstsicheren Django Fett. Einen Usher. Der kommt mir auch nicht so bekannt vor. Also den dürfte ich auch noch nicht haben. Darth Maul's Lichtschwert. Kommt mir auch nicht bekannt vor. Also ganz viele neue Karten haben wir dabei. Sehr, sehr klasse. Dann haben wir hier das Fahrzeug von Luke Skywalker's X-Wing. Und einen, oh, Captain Rex. Einen selbstsicheren natürlich wie sonst. Aber den habe ich auch glaube ich noch nicht. Also das ist auch eine neue limitierte oder neue Glitzer Karte, sage ich mal. Allein diese Menge an Glitzer Karten hier drüben. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich freue mich gerade richtig, so viele coole Karten Packs hier auspacken zu können. Nochmal riesiges Dankeschön an Blue Ocean für's zur Verfügung stellen hier. Dieses gesamten Karten Packs oder des gesamten Displays. Und natürlich auch des Starter Packs und des Starter Packs für euch. Was wir gleich noch verlosen. Also da seid auch sehr gespannt drauf. Es ist der Wahnsinn. Vielen herzlichen Dank nochmal dafür. Wir sind auf dem End Run. Wie gesagt, Ray haben wir hier mit dabei. Ich glaube die hatte ich ja auch schon. Mutige Ray. Dann geht es weiter mit Team Hunter und Wrecker. Ein Set von Duell of Mustafar. Ein sehr, sehr cooles Set. Genauer gesagt, nicht schön aufgebaut, aber zumindest ein schönes Set mit den Minifiguren etc. Scout Trooper Helm. Einer der coolsten Helme. Und als besondere Karte haben wir hier einen überlasteten C3PO mit ganz vielen Lichtblitzen mit dabei. Und damit geht es auch schon zum nächsten Pack. Und wir schauen auch hier mal rein. Oh Mann, ich bin so gespannt. Ihr glaubt das nicht. Es ist der Wahnsinn. Ich kann kaum meine Gedanken fassen hier, weil die Spannung steigt so unfassbar hoch. Es ist wirklich nur noch eine, ich weiß nicht, kurze, geringe Anzahl. Ich glaube sechs Kartenpacks sind da noch drin und dann haben wir es geschafft. Und da jetzt noch zwei weitere Goldkarten drin zu bekommen, ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Eine könnte sein. Also vielleicht haben wir einen noch hier mit drin. Wilder Sturmtruppler der ersten Ordnung. Einen V-Cruel. Ich glaube den habe ich schon. Dann habe ich hier das Fahrzeug Luke Skywalkers Landspeeder. Einen Boba. Bring Captain Solo in den Laderaum. Okay, ich weiß nicht, hat er das jemals gesagt? Ich bin mir gar nicht sicher. Und die letzte Karte hier ist der entschlossene Meister Yoda in Wunderschön Glitzernd. Diese Karten, die möchte ich unbedingt alle haben. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt mittlerweile schon alle davon zusammen habe, aber zumindest möchte ich davon alle haben. Und wenn ich hier nicht alle drin habe, dann muss ich mir noch ein paar Booster kaufen und da wird nichts rum umführen. Also ich will diese Karten alle haben. Die sind einfach zu cool. Ich mag die wirklich einfach gerne. Wir machen weiter mit einem selbstsicheren Count Dooku. Es ist dann ein Jedi Meister Yoda, Obi-Wan Kenobi und Ace Windu. Also die können perfekt gegeneinander antreten. Das ist natürlich auch genau dafür gemacht. Ein Town Town als Fahrzeug und ein Sith Symbol. Das hatte ich auch noch nicht. Also auch hier wieder etwas Neues mit dabei. Sehr, sehr klasse. Sogar die letzten Packs haben noch was Neues. Und einen entschlossenen Luke Skywalker natürlich. Ich meine, kein Pack geht an uns vorbei, ohne mindestens eine entschlossene Karte dabei zu haben. Und damit geht es weiter mit dem, ja, fünftletzten Pack, sage ich mal. Also fünf oder vier Packs folgen nach diesem hier noch. Und dann ist es auch schon vorbei. Dann haben wir alle Karten-Packs ausgepackt. Wir haben hier den wilden Darth Vader. Dann einen erfahrenen Boba Fett. Okay. Ja, ist auch mal nett. Immerhin nicht entschlossen. Ein Comic. Endlich etwas Ruhe. Kann ich ihnen noch etwas bringen? Imperialer Urlaub. Okay. Ja. Nette Comic-Karte. Ich habe gerade meine Rüstung... Nein! Okay. Das ist sehr, sehr, sehr niedlich. Das ist so die Entstehungsgeschichte der Sith Trooper. Nur, dass es durch eine Ätzungsschlacht entsteht. Okay. Das ist sehr cool. Das gefällt mir richtig gut. Wir haben noch einen General Grievous aus einem Ultra-Duell. Ich glaube, den habe ich tatsächlich auch schon. Und damit kommen wir zum viertletzten Pack. Vorletzten wäre traurig, aber viertletzten ist auch nicht so viel besser. Und auch hier schauen wir natürlich einmal rein und haben dabei eine Karte von einer Person, die ich gerade nicht identifizieren kann. Ist das Padme? Ich weiß es gar nicht. Junge Padme Amidala. Oh, ja. Ich habe es schon oft gesagt, aber ich mag die junge Padme Amidala. Wer mag sie nicht? Das ist natürlich auch so eine Sache. Ich hätte sie gerne noch mehr Kleidern gesehen. Also noch mehr Kleiderformationen, noch mehr Karten davon bekommen. Der Mandalorianer. Das ist der Weg. Ich glaube, die Karte hatte ich selber auch noch nicht. Ein Teilfältig-Pilotenhelm und als letztes einen entschlossenen. Der Mandalorianer. Die haben wir auf jeden Fall auch schon gehabt. Tja, Leute. The struggle is real. Wir haben nur noch drei Karten-Packs, die wir öffnen können. Und dann war es das auch schon komplett. Und wir haben nichts weiteres zum Öffnen. Und das wäre sehr, 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 sehr traurig. Den loyalen Schneetruppler haben wir mit dabei. Einen loyalen Sturm-Truppler der ersten Ordnung. Alle sind heute loyal. Das ist ja wunderbar. Dann haben wir noch einen weiteren Look. Den hatten wir ja vorhin auch schon. Ein Comic mit... Ih, mach's weg. Schleimige Zunge. Okay. Ja, ist jetzt auch nicht so spannend. Und einen entschlossenen Finn schon wieder. Den hatten wir ja vorhin auch schon. Ich glaube, bei Fabian war der auch mit drin in seinem Päckchen. Und das hier. Diese beiden sind die letzten beiden Packs aus dem gesamten Display. Und die müssen wir natürlich jetzt nochmal wunderbar genießen. Vielleicht ist hier ja noch eine Goldkarte drin. Ich habe die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben. Meine Daumen sind weiterhin gedrückt. Ihr wisst das, wie das läuft. Ich hoffe, eure auch. Und deswegen werden wir jetzt die letzten Packs einmal auspacken. Und es ist natürlich immer... Die Spannung ist da. Ich sehe schon, hier ist keine Goldkarte drin. Aber es ist zumindest der Versuch gewesen. Neugieriger C3PO Team Echo und Tech. Eine Mos Eisley-Kantina als Lego-Set. Und einen Darth Vader-Helm. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Und einen kühnen mandalorianischen Krieger. Oder mehrere kühne mandalorianische Krieger. Ich glaube, da hatte ich jetzt auch schon mehrere von. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Und das hier, meine Damen und Herren, ist das letzte Pack aus dem heutigen Unboxing. Und das werden wir jetzt so richtig genießen, indem wir es ganz langsam auspacken und dann feststellen müssen, dass hier trotzdem langsam auspacken keine Goldkarte drin sein wird. Tja, es ist so. Es muss so sein. Das ist sehr, sehr schade. Aber zumindest habe ich jetzt drei Goldkarten, auch wenn es zweimal die gleiche ist. Finsterer Darth Sidious Trudgeon oder Trudgeon. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Jodas Lichtschwert. Das habe ich auch schon. Und den General Grievous Starfighter. Und als letzte limitierte Karte für heute haben wir den entschlossenen Han Solo mit dabei. Ja, damit gibt es hier mal kurz einen kleinen Überblick über alle Karten, die dazugekommen sind. Und es sind wirklich massenhaft Karten hier sortiert auf die verschiedenen Stapel. Ich glaube, es war gut, dass ich verschiedene Stapel gemacht habe, weil sonst hätte ich hier überhaupt keine Chance. Allein hier hinten der ganze limitierte Kartenstapel ist es wahnsinnig cool. Also der mit den Glitzerkarten drin. Dann natürlich unser, ja, Misprint hier hinten. Der Anakin Skywalker Lichtschwert. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Einerseits sehr, sehr cool. Andererseits natürlich auch schade, dass wir hier kein richtiges Anakin Skywalker Lichtschwert mitbekommen. Aber, ja, nachvollziehbar. Also passiert mal. Dann den Five of First Troopers. Es ist natürlich eine wunderbare Karte. Und hier hinten dann unsere drei Goldkarten. Sehr, sehr interessant. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass wir dann zweimal die gleiche bekommen. Wenn wir schon das Glück haben, zwei goldene Karten zu ziehen, dann zweimal die gleiche zu haben. Das ist schon, ja, so eine andere Form von Glück, sage ich mal. Und hier hinten sind die ganzen geöffneten Packungen. Und das ist was Gutes, weil die Dinger sind eben aus Papier. Und die kann man einfach so in den Papiermüll schmeißen. Und die werden recycelt, wie auch immer. Und die sind eben nicht aus Plastik oder nicht aus Kunststoff, wie die alten Packs. Und das ist fantastisch. Deswegen danke an Blue Ocean fürs Ändern der Verpackung. Ich finde das klasse. Und damit kommen wir auch schon zum wichtigsten Part dieses ganzen Videos. Zumindest für die meisten von euch. Nämlich dem Giveaway dieses Sammelkartenordners des Starter Packs. Der, ja, Trading Card Collection Serie 3. Es ist super, super spannend. Und wie gesagt, das haben auch ganz, ganz viele Leute mitgemacht. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt auch einfach live, so wie es vorher auch war. Und ihr seht schon, es ist 3 Uhr 2. Also am Tag der Aufnahme. Es ist der 5. März. Am 4. März um 23.59 Uhr ist es vorbei gewesen. Ich muss mal kurz gucken, wie ihr hier meinen Face-ID erkennt. Kennt er gar nicht. Das ist doch schön. Versuchen wir es nochmal. Da ist es so perfekt. Genau. Und wir machen das jetzt so wie letztes Mal auch. Ich stelle den Ton runter und dann gucken wir uns gemeinsam eben mal kurz mein Video an. Weil da habe ich natürlich dann auch den Link zu dem Giveaway oder zu der Giveaway-Seite drin. Nämlich hier commentpicker.com slash YouTube. Wo ist es hier? Genau. Safari. Und da wechseln wir tatsächlich jetzt auch mal in die richtige Safari. Nämlich einmal hier und auch weiter mit den empfohlenen Cookies. Und ihr seht schon hier, wir sind da, wo wir vorher auch waren. Und ich hätte natürlich einmal kurz meinen Dings hier nehmen sollen. Nämlich den Link von dem Video. Das werde ich hier nochmal eben kurz live machen. Weil ich es nicht vergessen habe. Sondern weil das wollte ich gerne live machen. Und damit geht es hier eingesetzt. Genau. Einmal runter und get YouTube Comments. Und hier sehen wir schon, es sind 286 Kommentare, die hier dazu gekommen sind für dieses Giveaway. Das ist der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen herzlichen Dank für die rege Teilnahme. Und ich drücke euch allen natürlich ganz herzlich die Daumen. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu dem Punkt, an dem es spannend wird. Nämlich hier wird gleich der Kommentar stehen, der gewonnen hat. Und zwar der nicht nur irgendwas gewonnen hat, sondern das wunderbare Starterpack. Gesponsert vom Blue Ocean Verlag. Vielen herzlichen Dank noch einmal dafür. Und ich würde sagen, es geht los mit eurer Einverständnis. Wir klicken auf Start. Und der Gewinner ist Nexus. Nexus mit dem Kommentar Hashtag Blue Ocean. Sehr cooles Video ermöglicht einen guten ersten Eindruck auf die Serie. Also lieber Nexus, herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast damit das Starterpack der Serie 3 der Trading Card Collection gewonnen. Und ja, ich werde dir auf deinen Kommentar immer antworten. Du kannst mir dann entweder über Instagram schreiben oder wie auch immer wir das dann machen. Und ich gratuliere dir nochmal ganz, ganz herzlich. Und ja, ich hoffe, du bist glücklich mit deinem Gewinn. Damit war es das hier auch schon mit dem kompletten Unboxing eines Displays der LEGO Star Wars Trading Card Serie 3. Es war der absolute Hammer. Und wir haben jetzt so unfassbar viele Karten mit dabei. Und die werde ich hier auch tatsächlich mal in einem Livestream einpacken, weil ich habe da jetzt überhaupt keine Lust drauf, um 3 Uhr nachts das noch zu machen. Deswegen werden wir das zusammen in einem Livestream mal machen und die einfach alle einheften. Und ich werde dann eben auch noch ein paar Kartenpacks der Serie 1 öffnen. Also abonniert gerne meinen Kanal, um genau das nicht zu verpassen, dass ich eben mal so einen Livestream mache. Und guckt auch gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Den habe ich euch unten in der Videobeschreibung einmal verlinkt. Da werde ich das nämlich auch jedes Mal posten, wenn ich irgendwie live gehe oder wenn ein neues Video rauskommt. Also schaut da eben auch gern mal rein. Auch reinschauen könnt ihr natürlich gerne in das letzte Video. Da habe ich euch nämlich ein paar Magazine gezeigt. Und diese sind tatsächlich ganz besondere Magazine, weil die kann tatsächlich nicht jeder kaufen, aber gleichzeitig kann sie trotzdem jeder kaufen. Klingt nicht ganz so logisch, oder? Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.